Schafkopfpalast ist kostenloses und werbefreies Online-Schafkopf für Mobiltelefone und Tablets. Alle möglichen Arten von Spielkarten sind verfügbar. So kannst du immer mit deinem Lieblingsdeck spielen. Das Kartenspiel basiert auf den klassischen Regeln der deutschen Schafkopfschule. Wenn du möchtest, kannst du aber auch einen Tisch mit deinen eigenen Regeln erstellen. Zum Beispiel kurzes Blatt, Ramsch, Farbwenz und viele andere. Chatte und triff neue Freunde oder trete sogar einem Verein bei, um mit anderen Spielern in Kontakt zu bleiben. Steige in der Liga auf und verfolge deinen Fortschritt mit unseren ausführlichen Statistiken. Lade jetzt Schafkopfpalast von Google Play herunter. Kostenlos und werbefrei. Schafkopfballast von Google Play herunter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.